Stolz darauf, dass wir so professionell einen Vertrag miteinander verabredet haben, der eine Erneuerung beschreibt, und zwar über die Wirtschaft, die Sicherheit bis in die Bildung. Also es gibt keinen einzelnen Punkt, den ich hervorhebe. Es ist ein Vertrag für Nordrhein-Westfalen insgesamt und nicht nur für einzelne politische Felder. Es gibt keinen Punkt, wo überhaupt irgendeiner von beiden Partnern seine eigenen roten Linien hätte überschreiten müssen, sondern es gibt gemeinsame Punkte, Profilpunkte des einen und des anderen. Aber wir haben die Koalition so angelegt, dass auch weder die Union, auch nicht die FDP an irgendeiner Frage einen Gesichtsverlust hätte erleiden müssen. Wir wollen ja erfolgreich partnerschaftlich regieren und dann führt man sich so auch nicht in eine schwierige Lage.